hallo zusammen ich grüße euch aus grado italien genau genommen von der isola di barbana kirche die ihr hinter mir seht eine ganz fantastische kirche die isola di barbana kann man nur per bot erreichen und ich hatte die große ehre und freude die orgel in dieser kirche spielen zu dürfen das ergebnis könnt ihr euch gerne anhören ich grüße alle musikanten freunde die mir zuschauen und die meine videos ansehen bis demnächst im 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 Amen. Amen.